halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu so konnte ja wir werden jetzt einen mord aufklären denn die liebe elisabeth wurde umgebracht und das nur aus dem grund wahrscheinlich weil wir uns für emily entschieden haben ja wir müssen diesen mord jetzt aufklären und dürfen uns dabei halt in alle räume umsehen der ich weiß gar nicht zwar ich hab's jetzt vergessen auf jeden fall der bei ich glaube der priester also ich sag jetzt der priester der ist auf jeden fall raus weil der war ja halt mit dem ort immer zusammen noch jemand was jetzt aber nicht wer wir werden sehen wir werden sehen das ist sparta fällt mir dazu gerade nur ein mal gucken vielleicht kann ich hier noch irgendwie so mit ihm kann ich reden drittbuchstaben ändern ersten staben ändern asen ich weiß es nicht weiß nicht was da drin rauskommen soll für sowas bin ich immer zu blöd komme ich vielleicht noch zu wer weiß gucke mal hier talent freigeschaltet bücherwurm talent freigeschaltet bücherwurm okay dann sprechen wir als erstes mal mit dem pastor hier you're imminent i imagine that you've heard the news about miss adams what a tragedy my son how could such a thing have happened that's exactly what i'm trying to find out did you notice anything out of the ordinary last night i saw the young french soldier bonaparte i believe hanging around near miss adams room but i would not want to get an innocent man into trouble weiß ja warum sonst noch was sonst noch was sonst noch was na der typ auf jeden fall okay dann können wir ihn ansprechen so dann gehen wir mal ach wir kommen da von der treppe okay so wissen zimmer haben wir denn hier da gar keins okay gut ich muss ja ich möchte gerne erst mal bei elisabeth anfangen okay wer ist das mhm elisabeths tod ansprechen has anyone told you that elisabeth was killed last night i yes rumors spread quickly huh he looks very put out it's it's horrible how did it happen i can say nothing to you sir you'd better follow your hosts instructions and stay in your quarters i shall leave you now sir i will return to my room mhm das müsste jetzt elisabeth sein ja dann gucken wir nämlich erstmal da drinnen nach was wir so finden mhm oh die liegt auch noch da ach scheiße ich habe jetzt schlechtes gewissen weil ich die nicht mhm okay wir fangen erstmal hier mit an mhm es gab einen kampf mhm stimmt ach mein gottchen ach so das hatten wir schon das waren ja die briefe was so so wer hat in diesem zimmer so ein chaos angerichtet do you know who could have made such a mess of this room miss adams sir we were given orders to leave the room as it was so as not to rush her did she have a fight with someone to get the room into this state not that i know of sir miss adams would sometimes throw a tantrum during which she would destroy anything that came to hand lord mortimer told us not to enter the room thanks for that information you are welcome sir has finished with this room no i haven't gone over everything yet sir may take his time when sir would like to leave sir has any need to tell me okay dann hier i have no space left i'll retrieve it later ach so boah auf meinem moment hin und schwächen der nächstfähigkeiteinsatz kostet dich nicht hebt negative effekte auf okay dann machen wir das mal so die nächste fähigkeitsdingens aber ich kann es trotzdem nicht aufheben okay ähm das symbol untersuchen ich erinnere mich an mutters bücher wo besteht die verbindung zu Elisabeths Tod okay weiter ähm den text übersetzen das klingt nach unserer mutter so ein bisschen so hier hatten wir ja schon august 24 june 11 habe ich auch schon gelesen äh äh laufinnere untersuchen mhm okay schusswaffe untersuchen den griff untersuchen also es ist was auf französisch eingraviert worden und es ist ähm blut da dran das heißt wir suchen jemanden der vielleicht eine verletzte hand hatte oder hat und ähm wir suchen ja was mit französisch also mir fällt so jetzt am napoleon ein so so woran erinnert es mich für den adel machen kleine leute das gilt ähm woran erinnert es mich ähm woran erinnert es mich so ich sag doch seine mutter war das seine mutter war das mit sicherheit warum hat die eigentlich auf dem boden geschlafen das ist so naja da ist auch noch was so 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 brief öffner das müsste analysieren für mich sieht das aus wie ein brief öffner ja okay offenbar die mutter äh äh in negative effekte aufheben So, dankeschön Die war echt crazy, ne? Mit ihren ganzen Tattoos und so Also zu der Zeit, ne? Meine ich Den Arm untersuchen Äh, Bedeutung der Skarifizierung Äh, Tätowierungen untersuchen Texte übersetzen Ähm, zurück zum Arm Äh, Namen untersuchen Zurück zum Körper Kopf untersuchen Ihre Nase untersuchen Die Blutung betrachten Äh, die Nase betrachten Achso, hab ich das nicht gerade erzählt? Die Blutung betrachten Achso, jetzt er erzählt dann Okay, ist alles dasselbe, alles klar Äh, Mund untersuchen Ja, derselbe wie von dem Wein Er hat mich an den Hof des Königs Lautanum Achso Lautanum, ist das nicht ein Gift? Äh, das, äh, aber teilweise auch wie, wie so ein Drogenersatz genommen wurde Und, aber teilweise auch giftiger, wenn man zu viel davon nimmt Ich weiß es nicht mehr Äh, Beine Den Verlauf der Blutspuren analysieren Okay Äh, Tätowierungen Sexueller Übergriff Ne, glaub ich nicht, oder? Äh, die Hände Handgelenke betrachten Oberkörper Die Wunden betrachten Und die Tätowierungen Okay Okay Hab alles gesehen Ja, ich hab alles gesehen, ne? Mhm Dankeschön So, dann wollen wir jetzt mal Alles durchgehen hier Dann wollen wir doch da mal rein Ach, er ist auch da Wollen wir mal Briefe lesen? Ja, ich habe ein Projekt Ja, ich habe ein Projekt Es ist Zeit, dass die USA eine wichtiger Rolle spielt auf der Weltstage. Ich verstehe deine Verlustung, um mit Feuer zu spielen. Ich weiß, dein neues Land ist sehr jung, aber rest assured, dass ich nichts tun würde, um zu verabschieden, was wir zusammen verbaut haben. Ich freue mich, dich bald zu sehen. Dein Freund, William. Okay. Nach draußen kann ich nicht. Hier noch was? Nein. Aber wir können mit ihm reden. Hallo, Louis. Herr Präsident, Sie können Sie wissen, warum ich hier bin. Natürlich. Herr Mortimer hat mich gefragt, um ein paar Fragen zu haben, um es zu verabschieden. Es ist... Wie werde ich sagen, dass sie die Vater verabschieden ist? Ich weiß, Herr Präsident. Ich werde herausfinden, um die Wahrheit zu finden, um diese Tragedie zu finden. Ich muss Sie bitten, um mich zu helfen, bitte. Findet die Degenerate Pig, die das gemacht hat, Louis. Er sieht aus, als traurig er. Er sieht aus, als traurig er. Oh, don't worry. It's this rotten toothache. What do you expect? I'm a spring chicken now. Hat er mit ihr gesprochen? Tell me, Mr. President. Had you spoken to Elizabeth since your arrival? You know her father. You thought she was dead. No, I didn't. And I believe I'll be taking my remorse with me to my grave. I wanted to, but I didn't know where to begin. You can't blame yourself. You couldn't have known that her days were numbered. Ihn zu dem Laudanum befragen. Were you aware that Elizabeth took Laudanum? Yes. She came to ask me for some. She had finished her reserve, I believe. Do you take it regularly, Mr. President? Unfortunately, I do, Louis. I still suffer from a terrible toothache and it's not likely to get any better. It's just for that then. Old age, my young friend. I don't wish it upon you, but you'll soon see. At my age, it's rare to have no problems in that domain. And do you take a lot? A moderate amount, Louis. Only the dosage indicated on the prescription of my doctor. Äh, ja. Sonst noch etwas? Weiß er, ob sie irgendwelche Feinde hatte. Do you know if she had any enemies, Mr. President? Not that I know of. I heard about her altercation with Mr. Perry. But that case was closed, if I'm not mistaken. But if in doubt, I wouldn't leave any door unopened. And I'd go and question your fellow countrymen. Don't worry. Countryman or not. I'm not letting anybody slip through the cracks. Weiß er, warum sie auf der Insel war. Do you know why she came to the island? To get help, if I'm not mistaken. Isn't that right? Indeed. Sir Gregory suggested to her father, that he introduce her to Lord Mortimer. To see if he could help her. Ihn ausreden lassen? Yes, Lord Mortimer has a talent for healing apparently. I'm not surprised Sir Gregory advised her to come. Agreed. Äh, ihn auf den Fußabdruck ansprechen. Mr. President, we found a footprint at the scene of the crime. Not a dress shoe, I hope. That's all I wear. No, rest assured. It looks like the print of a big ankle boot. A large size, I'd say. Perfect. That should help you, Louis. It's a clue. Okay, den haben wir gefragt. Dann geht's weiter. Ja, der war ja nicht da, stimmt. Also können wir da nicht rein. Hm, das ist mir. Na gut, wir waren es ja auch nicht. Könnte ich mich dran erinnern, glaube ich. Ach so, okay, mit dem können wir anscheinend auch nicht. Dann war der wohl auch da. Ja gut, da gehen wir trotzdem rein. Wir gehen trotzdem rein. King George III in coronation robes. Nice touch for the room of an English duchess. Dear E, I received your last letter. Unfortunately, the Crown informed the Golden Order that our mission should under no circumstances hamper Sir Gregory's plans. Decidedly, they have support from the highest level in Buckingham Palace. So here we both are, hands and feet tied, and little room to manoeuvre. Keep me abreast of events. Our mission is becoming more complicated. Yours, E. TS. The French chapter of the Order doesn't appear to know anything about the arrival of our friend Sarah. I therefore cannot comment on it. However, my guess is that she has come here for personal reasons. The Lady's Wal-de-Grave by Reynolds painted upon the request of the Wal-de-Grave family in an effort to find an a husband. Displayed like meat. It's disgusting. Grammar of Po-Royal. Grammar of Po-Royal. Okay. Wer Französisch spricht, der regiert die Welt. Okay. Oder genießt die Welt, was? Ein åter from William Pitt, the Younger, adressat to Emily. Er ist a present prime minister of the United Kingdom. Emily hat indeed some powerful Packers. Madame, thank you for consoling the Queen. The King's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present fit. Next time you speak with Her Majesty the Queen, would you please be so kind as to ask her to look into my petition to raise taxes with the King? I will personally see to it that our nation will recover from this impasse. But King George's mental situation is slowing down our decision-taking. Thank you in advance for all your help. William Pitt, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain. In der Zeit, wo er das ja vorliest, könnt ihr ja selber lesen. Ich muss das ja nicht extra nochmal vorlesen. Two coils circle the lock. Da knackt erstmal das Schloss, während sie im Raum ist. Dear Gregory, thank you for the information. I've managed to find out about the names you gave me. George Washington is a man you can trust. In spite of his obvious talent for politics, he has remained upright and honest. On the other hand, as you may well know, he is already doing business with Lord Mortimer. It will be more difficult to approach him. Napoleon Bonaparte was unknown to me until today. He is a passionate young French soldier for whom Mortimer predicts a promising future. Take heed. He is a man of conviction, which to my mind makes him potentially dangerous. As for Sarah de Richer, what more is there to say? You already know each other. She was apparently invited by Lord Mortimer about an ongoing matter in Paris that concerns a receiver and stolen art. See you soon. Duchess Emily Hillsborough. All right. I've retrieved everything. Queen Charlotte. All the royal family of England is there from what I can tell. A letter from William Pitt, the elder, addressed to Emily. He was the English Prime Minister. This letter dates from 15 years ago now. Madam, I shall never thank you enough for all your care and attention. I shall be indebted to you until my last breath. If you have any request of me, you only need ask. With regards to my son William, I shall never thank you enough for looking after him. You know the latter's preferences and you will understand, he needs you desperately. For that and as agreed with Queen Charlotte, our friend Duke Hillsborough will carry out his task and meet with you within six months. From then on, you'll be free from want. Yours sincerely, William Pitt. Count the Chatham. So, ich muss Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.